Moin, Moin! Hier ist wieder euer Robin für euch. Ja, ich bin ja gestern aus München zurückgekommen, aber ihr fragt doch sicherlich, warum der Titel, bald ist endlich Weihnachten. Ich habe so ein paar Sachen gekauft, deswegen wird in einem der beiden Ecken Werbung stehen. Nicht von Onkel George Grillstube, sondern wegen Bäckerei Schneider. Da habe ich was gekauft, das möchte ich euch zeigen. Aber dieses Video gilt auch als Infovideo. Erste Sache, ich habe ja einen Vlog angekündigt, von München. Hatte ich heute Morgen hochgeladen, da bis 40 Minuten. Das Problem war aber, einige Dateien hat er nicht sauber übernommen und ich fand es einfach nicht schön. Da habe ich mir gesagt, machst einfach zwei Teile raus. Den ersten Teil, Impressionen von München und den zweiten Teil für die Zugfans. So sieht das nämlich aus. Ja, und jetzt werde ich euch mal zeigen, was ich mir gekauft habe. Das erste ist ein bisschen Brötchen, Bäckerei Schneider. Übrigens, meine Waschmaschine läuft wieder. Und jetzt hier ein bisschen Spritzgebäck, einmal mit Schokoüberguss und einmal ohne. Die sind wie jedes Jahr sehr lecker und ja, deswegen auch Werbung in der Ecke. Aber ein Werbevideo ohne meine Schützenfest-Choreo geht nicht. Und scheißegal, wo wir an der Ecke stehen. 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 Schützenfest feiern. Jedes Jahr der Tagelang und schützenfest feiern. Hier findet ihr in der Playlist Tänze. Und jetzt schau mit vor, Robin, denn ich gehe jetzt in den Schnitt von meinen beiden Teilen aus meinem kurzen München-Urlaub. Tschüss, euer Robin. TV